Hoi, schön bist du da. Ich bin Maja Sonderegger und leite die Fachstelle Freiwilligenarbeit bei der AUZ. Ich erzähle dir jetzt, wie die Freiwilligenbegleitungen bei uns funktionieren. Eine geflüchtete Person zusammen mit einem Freiwilligen oder einer Freiwilligen trefft sich während mindestens sechs Monaten regelmässig in der Freizeit. Und das nennen wir Tandems. Für so ein Tandem braucht es Offenheit, Neugier und Bereitschaft, Neues zu lernen. Von beiden Seiten. Wenn ihr da mitbringt, können wir euch garantieren, dass ihr sicher ganz viel Spass erleben wird zusammen und auch viel Neues entdecken wird. Du bist vielleicht ein junger Mann, der Lust hat, deinen Sport zu teilen, sonst schöne Sachen unternehmen in der Freizeit mit einem anderen jungen Mann. Vielleicht hast du eine Familie mit kleinen Kindern und hast Lust, eine andere geflüchtete Familie zu begleiten. Vielleicht bist du einfach junge Frau, ein junger Mann, der Lust hat auf interkulturellen Austausch und Reisen zu Hause. Oder du bist eine ältere Person und hast Lust, jemanden Eltern zu begleiten hier in der Schweiz. Egal, was deine Motivation ist, wir finden ganz sicher etwas Passendes für die. Die Geflüchteten, für die ist es in erster Linie wichtig, Kontakt zu haben. Kontakt mit jemandem, der schon länger in der Schweiz lebt, sich auskennt. Ihnen kann helfen, sich im Alltag zu orientieren. Und auch ganz wichtig, einfach Deutsch reden und sich verständigen. Wenn dir das alles gelustet, dann fülle doch gerade die Anmeldung aus. Die Anmeldung heisst nicht, dass das schon verbindlich ist, sondern es hilft uns, mal zu schauen, was könnte passen. Anschliessend werden wir dich einladen für ein Gespräch. Immer auch noch unverbindlich, wo wir nochmal genauer schauen, welche Geflüchtete die Person als Tandempartner für dich passen könnte. Ja, wenn du jetzt noch nicht gerade magst, den Anmeldenbogen ausfüllen kannst du uns natürlich auch anrufen oder per Mail kontaktieren und wir beantworten dir sehr gerne deine Fragen. Wir von der Fachstelle Freiwilligenarbeit führen die Freiwilligen ein in ihre Tätigkeit, bieten Weiterbildungen zu verschiedenen Themen, du bekommst auch Spesen rüber und hoffentlich bis bald. Bis bald. Ja, wenn du jetzt noch wirst, das war, dann kann dir das nicht gut so tun. Então, vorst du natürlich der Nachricht,